ok wir sind wieder da letztes mal haben wir zu erreichen viel gemacht viel erfahren im grunde die geschichte jetzt komplett in andere richtung gelenkt anstatt das andere problem haben wir jetzt weltuntergang das klingt so nach anime egal wenn wir noch ein paar randomes dinges bekommen hier haben noch dieses danach kam noch diese richtung hier auf also nachdem jetzt geräte was den jeden fall was was andere das habe ich schon gesehen das ist ein altes eigentlich müsste ich von oben nach unten sortiert sein okay das ganze am anfang das heißt das war freundschaft das war freundschaft das war freundschaft das diskutieren wir die geschichte die gesamte menschliche bevölkerung wandelt vor ungefähr 3000 jahren auf den mond aus dies war aufgrund von umweltveränderungen auf der erde notwendig die sie für menschen unbewohnbar macht menschen einwanderer errichteten eine hauptstadt auf dem mond dort verbrachte 1000 jahre damit die umwelt die erde vom mond aus zu verbessern das verbesserungsprojekt war erfolgreich und als die umwelt auf der erde zu einem gewissen grad vorbereitet war schickte die regierung des mondes eine gruppe aus vandalos jaco musumagari war teil der arichen gruppe der extinitionsgürtel tauchte auf nachdem die auswanderer auf der er ankommen waren das ist richtig wenn der markusamari gründet in der himmuka um uns wurde beigebracht dass der frühling der extinction in der existenz in dem der extinitionsgürtel erschienen sich zu dem zeitpunkt ereignete als new himmuka gegründet wurde ich habe das gefühl die geschichte die wir kennen ist vermischt mit einer geschichte und ja niemand weiß wir können wenigen gürtel gar nicht mehr mit der mond regierung kommunizieren die antwort zur verbindung zwischen den extinitionsgürtel und den anderen war für mich nicht besonders überzeugend uns wurde gesagt dass die anderen zum gleichen zeitpunkt erschienen wie der extinitionsgürtel aber ich sagte es war etwas später es gibt wahrscheinlich viel was wir immer noch nicht wissen jeder von uns sollte diese informationen individuell verarbeiten während wir weitermachen also nichts neues erfahren nur noch mal zusammengefasst ja gut freundschaft gepflegt haben in der tage die uns haben ausschuld gemacht aufhält nach so zurück mal sehen was es damit auf sich hat am ende ja gut wir gehen zurück zu Suo aber sie denken wir rebels wenn wir da sind sie senden die nationalen defense forces oder die osf nach uns selbst wenn wir getrennt werden wer sagt dass wir nicht ein riecht werden können um zu sehen die chief wir werden wahrscheinlich unsere personalitiesen rehabilitiert bevor dann ich habe das gedacht und ich denke es ist besser zu sagen wir wollen sehen meine brother direkt aus der bat Yui-Tan, das ist schuld. Ich bin sicher, dass wir uns alle überlebt haben, lernen die Geheimnisse. Mein Bruder nimmt das Sumeragi-Name sehr ernst. Ich glaube, er will mich zu überzeugen, um ihn zu sein. Jetzt, dass ich ein Rebel bezeichne, er könnte mich zu kommen, um ihn zu sein. Das ist verrückt. Ich bin fast sicher, dass er mich aufhört. Okay, aber wir müssen was, was wir können, um eine Konfrontation zu vorbereiten. Ja, ich weiß. Ich hoffe, Kaido hört euch aus. Es wäre schön, dass er ein neues Informationen von ihm auch bekommen. Es gibt wahrscheinlich viele Dinge, wir noch nicht wissen. Ich verstehe. Und er ist der Head des OSF. Es ist sicher, dass er nur so viele Geheimnisse als die Konzler. Ich denke, wenn das so ist, vielleicht ist es worth versuchen. Was ist es, Wataru? Nein, nein, es ist nur... Ich dachte, ich könnte dich von hierher unterstützen. Insofern, nicht mehr über das. Okay, behalten Sie die gute Arbeit. Okay, gehen wir nach Suho. Ewiger Schwur, ewige Bande. Hm. Hm. Was ist passiert? Es gibt keine Soldaten. Nein, sie sind nur schlussend. Diese ganze Umgebung ist durch die National Defense Forces. Sie warten auf die Rebels. Aber etwas ist nicht richtig. Sie sind definitiv etwas planen. Selbst wenn es eine Verrückung ist, alles wir können direkt in. Wir gehen nach der OSF. Oh nein. Nage? Was machst du hier? Was machst du hier? Was machst du hier? Was machst du hier? Ha, 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 ha. Ich bin hier. Ich bin hier, um die Rebels zu schlafen, aus der neue Himmucke. Ist das neue Himmucke's plan um zu schlafen mit Nage? Ich werde das nicht tun. Wir brauchen nicht zu schlafen. Nage, schau mal mit uns. Wir finden ein Weg, um die Rehabilitation des Persönlichkeits. Wenn sie dich einfach ändern können, dann muss ich dich wieder ändern. Was? Ich kann nicht jetzt gehen. Die Spiele ist jetzt zu beginnen. Ich werde dich töten und schlafen deinen Gehirn. Gehirn? Vielleicht hat er gesagt, dass er den Gehirn zu bekommen hat. Was? Hey, Yuito. Wir sind Freunde. Ich würde mich ein favorieren, würdest du? Gib mir... dein Gehirn! Ich bin wirklich stark. Es ist zu stark. Das ist nicht nur Personal Rehabilitation. Es wurde eine Art von Power-Enhancement bekommen. Damn! Warum? Warum ist das passiert? Wir müssen wir fighten? Wunderbar. Du darfst mitkämpfen. Möchte ich mitkämpfen lassen? Du hast eine schwächere Waffe. Aber du lässt dich einfach nur umhauen die ganze Zeit. Wann haben die denn aufgeholt? Ich habe nicht gewartet direkt in einem Bosskampf zu landen. Oh, weil wir gerade hier sind. Ich müsste das letzte erst einmal ein Kostüm von allen sein. Oh, nice. Einfach nur once. Oh. Blau-weiß, I guess. Okay. Na gut. Haben wir das schon gesehen? Ähm. Ne. Kann ich euch überhaupt wechseln jetzt noch? Oh, schau an. Das war natürlich blöd. Gar nicht erst im Team. Ähm. Wie gesagt, du lässt dich immer nur umhauen. Ich packe dich. Komm, ich nehme gerne mal mit rein. Der hält wenigstens was aus. Sonst muss ich permanent nur die Leute heilen. Ähm. Mhm. Das heißt. Hier hat mein. Verteilungsdingens. Äh. 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 Verbesserung 2. Keine andere da. Oh Gott. Notieren. Die Verteiligung. Die Kraft generell. Oh. Und da hast du keinen Platz mehr. Das passt schon. Der lässt trotzdem mehr raus als eher. Ähm. 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 Was war's? Nö. Wird schon was werden. Oder auch nicht. Naki! You are gonna try to fight back, right? And I wanna see you struggle. Make it more fun for me. Stop this! Hahaha. I feel the power coursing through my veins. It feels so good. Use my power when you can't anticipate the shop room's movement. I'm taking your fire. Nihon. Naki's power is rapidly increasing. Any hesitation could be deadly. I won't let him kill you, Ito. We're gonna stomp him with everything we have. How's this? My fault? Naki told me that he wasn't suited to use bias. Is everyone okay? It might have been attached with no thought given to the negative effects that they have on the brain. Or. It's awful! Ah! 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 That hurts! Dammit! Ah! He's a human being! Come on. Yuito! You! You! I'll kill you! Ah! Sei nicht auf sie! Ah! Stop! Let's regroup! Shut up! It hurts! How do you like this? Ah! Naki, what's the matter? For a second... His brain is under a lot of stress. There could be something wrong with it. Here we go! Stop this! This! Hey! Let's go My pleasure My fault Damn This should Damn it Oh no, oh no Yes Eve, please! You have to stop! Shut up! Yuito's brain! I must get Yuito's brain! Damn it! How long do we have to keep doing this? Stop this! This is bad Good, use it well! I'm borrowing this gamma We can't lose! I'm gonna threaten you! Damn it! What's happening? Good! I made it! Thanks, Luca! Whoa! Damn it! I won't let you get away! Whoa! Come on! Hey! Hey! Tuck! Huh! Huh! A follow-up! It's a glitch I'll be your shield! I'm taking your fire! Pay attention! Du bist gut? Ich schraue dich! Stopp das! Warum? Stopp das! Fokus! Das war knapp. Okay. My pleasure. Let's go! That hurts! Bitch. Please! Stop, Nagi! Stop, Nagi! Damn! Damn! Why? Why won't you just die, Uito? No! Stop it! There's no reason for us to fight! Shut up, shut up, shut up! I'll kill you! You... I must... Have... Your brain... What's wrong? No! Shut up! Don't tell me what to do! Stop! Stop! Yuita! Nagi! What? What? What is this? Why... Am I... Nagi's brain... This is horrible... Yuito! You can't move him! Wake up! Uh... Yuito... I... I... Uh... Nagi... You... Are you... Yourself? Sorry... I didn't know what was happening... The voice... Said I had to... Kill you... Don't apologize! It's not your fault! It was all the people who did this to you! I... Didn't want to fight you... I tried to resist... But it hurt so much... They... Told me to kill you... That they'd kill me if I didn't... I was so scared... So I... Couldn't stop... There was... Nothing else I could do... Every time he resisted... They sent him to personality rehabilitation... How can they be so cruel? I'm fine... So don't be so hard on yourself... You don't have to be afraid of their threats anymore... I'll fight with you! Yuito... You're so... How did this happen? We were always together... Ever since we were cadets... We were finally OSF... In Seto Platoon... I thought... We could still goof off together... I... I have to apologize... To Captain Seto... But it's too late... I thought... That when I died... It would be more heroic... You know? Going out in a blaze of glory... Fighting another... Look at me... I'm no hero... Tell me... How did I... How did I... Mess everything up so bad? Hey... Yuito... If... I was gonna die either way... What... What should I have done differently, huh? Oh... Naki! 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 ja ja heul leise meine fresse zu oft diesen story kram gesehen immer wieder das gleiche online jetzt ist er tot jetzt müssen wir traurig sein scheiß drauf ich kann es nicht ich kann es nicht ich liebe ihn da ja wir werden ihn später wir müssen uns zu sehen mein Bruder er ist ein Regierungschef er wahrscheinlich hat etwas zu tun mit Nagi Sie werden hier warten, um uns zu holen. Keine Ahnung. Du denkst, Kaito, die Nagi nutzen, um dich zu holen? Ich weiß nicht. Either way, wir müssen uns treffen. Die National-Defense-Fürste sind die Weg zu den OSF-Handeln. Sie haben nicht geblieben, um die Traitern zu holen. Sie sind wahrscheinlich kein Spiel für dich, aber bitte bemerkt. Oh, und Yuito? Geh es einfach. Danke, Wataru. Okay, gehen wir zur OSF-Handeln. Genau, chill mal. Ist nur ein toter Nagi. Was ist passiert in der OSF-Handeln, Wataru? Wataru, verstehst du? Oh, Entschuldigung, du kannst weiter gehen, Yuito. Was ist mit ihm passiert? Hm, hm. Was sind neue Geschenke? Hier gab es mal einen Schläger zu sammeln. Ach ja, sorry, aber ich habe kein Mitleid mit Nagi. Wie gesagt, diesen Story-Kram, das hat man schon so hunderte Mal gesehen. Dein Pseudo-Bester-Freund vom Anfang, von dem du nichts weißt, ist tot, also musst du jetzt traurig sein. Oh nein. So, wie viele Soldaten, menschliche, normale Menschen, werden wir auf dem Weg wieder abschlachten dahin? Oder hat das nur so gesagt, es gibt gar keine? Ich ische. I wonder. Was ist nichts los? Na gut. Ähm, heil mal meine Tsugumi. Hey, du hast etwas neuen Text. Mein Gehirn rist. What? Nein, das ist eine sündlose Plauserei. Ich zeichne nur Fakten auf, damit es eines Tages überprüft wird. mir ist gerade aufgefallen, in dieser Kleidung hat YouTube normale, richtig normale Hose und so weiter, ohne so einen Umhalt drüber, irgendwie wirkt das komisch, keine Ahnung warum, aber es wirkt anders, nochmal ein Save, egal ja, das wundert mich auch gerade, hier ist es nicht gerade, es gibt welche, ok Wataru, was hast du mir gerade erzählt, was anscheinend nicht stimmt, was ist da los, nicht dass ich etwas ändern könnte, nur weil ich so spekt drauf bin, ich kann ja nur vorwärts gehen einfach ins Büro, es gibt sogar wirklich ein Büro eine Frage, gibt es ein Kartelefon, nein, gibt es, also der Bereich existiert zumindest, schon mal offiziell ja, die Duellen, buch ja ja he hello there a kaito i figured you'd come by yuito Ich wollte mit dem neuen Himuka-Gewvernmenten über Seiran sprechen, also hier bin ich. Ich habe gedacht, dass du mit dem Gewvernmenten bist, dass du mich hörst. Dein Geist hat sich für diesen Wettbewerb gehalten. Ich glaube, du willst mich zu entfernen, als Rebel? Bevor wir uns darüber reden, Kaito, gibt es etwas, was ich dich fragen muss. War es dich, die Nagi nach mir? Was, wenn es das war? Wie kann ich... Unfortunately, he failed. We gave him so many enhancements, yet he was still a failure. Don't say that about Nagi! Yuito, I know how you feel, but... It is awful, but you must hold yourself back. Why, Kaito? Why did you do that? What did Nagi ever do? He knew about the secret of metamorphosis, so he was rehabilitated. I'm sure you know all about that. He was the perfect subject for testing power enhancement on an OSF soldier. Also, he was exactly what we needed to tame you. That power of yours. New Himuka needs the special gravikinesis power you have. I thought you'd be open to the idea if we used your friend, but you really are irritating. You did all of that to Nagi just to get my power? I wouldn't have needed to do this if you had just done what the government wanted. If you had come to me as soon as you were branded a rebel, I could have taken care of it. You've always been like this. You do whatever you want without listening to my advice. You don't act at all like a Sumeragi. That's why father never told you. Tell me what? That it's our destiny to fulfill the wishes of Yakumo Sumeragi. Wishes? It doesn't matter. You don't need to know. Does it have something to do with the moon? Yakumo Sumeragi was one of the first colonists from the moon. Where did you learn that? In Togetsu. We went to Togetsu and found a lot of information that New Himuka is hiding. You went to Togetsu? So that's where you disappeared to. I already told you I want to talk. If we don't stop Togetsu, New Himuka will- There isn't a single piece of information that comes out of Togetsu worth trusting. Don't tell me you've been brainwashed. Who are you calling brainwashed? We looked into what we learned in Togetsu, and we think we can trust it. Silence! You were just seduced by them without knowing Yakumo Sumeragi's noble purpose. I'll teach you some real history. We were sent to Earth, our motherland, in order to reduce the human population on the moon. Not only that, they created the extinction belt and sealed the colonists on Earth. What? The extinction belt was created by the people on the moon? Now you see just how diabolical the moon is. After much hardship, Yakumo Sumeragi created New Himuka and came to a decision that someday we would destroy the extinction belt and attack the moon. We inherited Yakumo Sumeragi's will, and we must exact our revenge on the moon. Revenge? That's what Yakumo wanted? Yes. It is our destiny to fulfill the founding father's wishes. It is that very reason New Himuka exists. Now you see what it is you must do. What your duty is, as a descendant of Yakumo. If we use your gravikinesis, we can move the extinction belt. The time has come to open the path to the moon and get our revenge! I don't have that kind of power! It's possible, if you connect to all the citizens through SAS, even if it's just a normal person's brain, with thousands, tens of thousands connected together, your brain functions will expand exponentially. By connecting so many psionics, New Himuka's military strength will increase rapidly. Connecting civilians to SAS? Ridiculous! Only psionics can endure that kind of pain! Whether or not they can endure it is of no importance. The only thing we need are their brains. Actually, it would be best to eliminate their pesky personalities, and personality rehabilitation technology makes that easy. Stop it! People aren't a means to an end, and neither am I! Kaito, it's stupid to get revenge for a 2,000-year-old grudge! I think what the people from the moon did was wrong, too. They made the extinction belt. But do you really think it's right to force civilians into this? That is the will of Yakumo Sumeragi. Yakumo this, Yakumo that! He died a long time ago! Yakumo Sumeragi is alive! What are you... What are you... He is asleep, deep beneath Suo. Even now, he is waiting for his revenge! Are you referring to cold sleep? Just like... Kagura. I was shocked as well, when our father first told me. And it was at that same time, I realized the destiny that awaits. Grow up. There's so much you need to understand about what it means to be a Sumeragi! Destiny? Who cares? Because it's a 2,000-year-old tradition? Because I'm a Sumeragi? That's just an excuse to stop yourself from thinking about it! I'll never be like you! I want to find the truth, evaluate it, and decide for myself! You'll lose the honor of our family name! I don't care. With or without the Sumeragi name, I'm still me. What? Uito... You... I didn't think you would be so unreasonable. I suppose all I can do is force you to cooperate. I was hoping you'd listen to me, but I guess that's out of the question. Sorry, but I don't plan on getting caught now. Bring him up. Los! You are betraying our father! Fuck him! I know I am. But I think Dad would understand. The fool! I have something important to tell you. Can you get to the safe zone? Tell me what? All right. Let's just get out of here. Hm. We'll stand out if we hang around here. We should move to the safe zone. Ah. Hm. That's a good question. Ah. Na gut. This is a typical story, The story can also come from Japan. Ah. Also in the sense of family name and ehre and so on. All on ethics and everything on the world. Oh. Einzig und allein der Name ist uns wichtig. Was gibt's nur jetzt? Nichts Relevantes. Na gut. Ah. Ich finde, du hättest deinen Bruder noch kurz umbringen können. Dann gibt's ein Machtvakuum. Who cares? Aber wenn dieser Familienname weg ist, wäre vielleicht gar nicht mal so blöd. Wenn er so viel Gewicht hat und in die falsche Richtung geht. Na gut. Hm. Wo sind die Soldaten? Ich will was töten. Äh. Nein. Na gar nicht. Ich bin ein ganz lieber Mensch. Ich töte niemanden. Ich renne Fahrräder und Müll um, aber. Hehehe. Dunk. 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 Es ist zu ruhig ohne Zivilisten. Ich will euch gleich sagen. Alles, was der Chef gerade gesagt hat. Ich konnte den Systemen, um den Video und Audio zu recordieren. Für alles. Was? Nichts? 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 Nein. Wir waren alle in der Falle, und ich verabschiede meine Brie. Aber ja, es war gefährlich, also nicht mehr eine andere Mal. Oh! Du sagst, dass du dich nicht unterstützt hast, weil du auf das Biret beschäftigt hast. Du hast die Gespräche mit meinem Bruder geführt. Du denkst auf der Karte Karte, die dir gabst du. Wenn wir die Arahabaki abhörern, wir können die Daten auf alle in Neuhimuka senden. Ja, das ist richtig. Genau. Wir können die Mission von Major General Fubuki complete. Dann wird mein Bruder und Vater durch die Flüge gedreht werden. Ich weiß, dass deine Familie involviert ist, aber du bist nicht verantwortlich für die Dinge, die sie getan haben. Ich respektiere meinen Kommandern, und ich bin bereit, um diesen Wettbewerb mit dir zu machen. Wir sind ein Team. Wir wissen, dass du einige schwierige Entscheidungen hast, aber wir alle fühlen wie Gemma. Wir können uns helfen, um den Wettbewerb zu machen. Danke, Leute. Ich bin ehrlich, ich bin nicht sicher, ob es das, was mein Vater und Bruder gebaut hat, ist das richtig zu tun. Aber jetzt weiß ich die Wahrheit, also muss ich reagieren. Ich weiß, dass das etwas, was ich tun muss. Wir gehen zu Arahabaki. Wir sagen alle, was mein Bruder und Nuhimuka haben sich verletzt. Okay, wir machen das. Das ist alles, dann. Ich habe eine Route zu Arahabaki für dich genommen. Major General Fubuki hat mir die Daten vorhin geöffnet. Danke, Wataru. Für das und das Video. Ich wusste, dass wir auf unseren Operator beteiligen können. He he. Ich mache nur meinen Job. Okay, ich habe die Daten geöffnet. Wir gehen jetzt an. Oh. Arahabaki Sicherheitsanlage wurde der Weltkarte hinzugefügt. Einfach so. Hm. Da muss man doch gar nicht ernst darüber nachdenken, ob man jetzt hier seine Familie den Dreck zieht. Hallo? Hier, der will die ganze, nein, nennen wir es mal, sagen wir mal, die ganze Menschheit versklaven. Ich habe es schon etwas übertrieben ausgedrückt, aber ja. Oh, die Liste ist voll. Heißt das was? Oh, die gehen wir einfach weiter, aber. Ähm, Info. Das erzählt, ja, das Kontrollzentrum des gewaltigen Computers Arahabaki. Zahlreiche Funktionen Minomukas unterstützt. Er findet sich in einer höhlenartigen unterirdischen Einrichtung unterhalb Soos und ist nur sehr schwer erreichbar. Okay. By the way, Fubuki, wo ist der eigentlich? Ist er jetzt am Ende verreckt, oder was? Er war doch im Krankenhaus, hat uns rausgeholt. Hat sich dann selbst rausgekämpft. Jesus. Arahabaki sicher ist eine lange Weisheit der Menschheit. I hope the keycard we got from Major General Fubuki gets us through. Are we inside Arahabaki? This feels different than the place we visited on that field trip. I don't recognize it at all. It's installed below Suo. It goes down pretty far, but only the upper levels are open to the public. I believe this is the secure site where they control it. Fubuki was only allowed restricted access, so we don't know much. We should be able to access it from somewhere around here. It doesn't look like there's anyone suspicious around. But I do see that it's softly big in there. Got it. Tell me when you see something. First, let's look for an access terminal. Kaito wouldn't even listen to us about stopping the war with Seiran. It seemed like he stopped listening as soon as he heard Sogetsu was involved. He was shocked. He didn't think you'd turn against him. Yeah. I was surprised too. But I'm glad I said what I wanted to. You didn't have many opportunities to speak frankly with the chief? Not at all. We've never been close. My brother has always followed in our father's footsteps. Unlike me. I think my brother just did what he thought was right. I still can't forgive him, though. Just because your brothers doesn't necessarily mean you understand each other. There was a lot I didn't get about my brother. Former Major General Karin seems like he's a bigger problem than my brother. Us younger brothers have it hard. We do. Something's coming at 10 o'clock. Is that another? What? People use this place. What's another doing here? I see it too. Did someone realize you were there and lure it in? Maybe... No. There's no point thinking about that. We just have to be careful. The connection is bad inside Ara Habaki. It might take time for me to receive the video data. Understood. Go as fast as you can. äh ok wenn es Missionen irgendwo zu holen gibt da gibt es da Missionen zu holen so kannst du nebenbei äh nö gibt es nicht Nevermind ich war nie hier auch so eine interessante Sache ist halt mein Bruder wirft ihm vor sich von Togetsu irgendwas eingeredet haben zu lassen und selbst schmeißt einfach so die Behauptung in den Raum der Mond hat den Gürtel erschaffen oder sowas einfach so als wäre das normales Wissen das ist auch eine reine eine reine Behauptung ja wir wünschen eine reine ja genau wie immer das alles war eine reine Behauptung ja ja die waren das das ist unsere Mission das ist unsere Mission muss ich dir jetzt auch einfach so glauben ja das ist interessant das ist auch interessant ah Gott kommt mit auch wenn es mehr Gimmick ist und nicht notwendig ist es cool was haben wir denn hier ich habe keinen Fahrrad ich habe nur Teleport hier Nein! Ich hab nichts getan. Das war ein guter Attack. Du bist Teleporter, ne? Denk ich mal. Es ist ein Gitter, das leuchtet. Und es gibt... ...Arabaki umdrehen. Haha. Oh. Keine Ahnung. Will nicht. Leuchtest du nicht für die Tür gegenüber. Mhm. Ist was Neues schon wieder? Ich hatte schon Sorge, dass das Kapitel zu kurz ist. Weil, ne? Wir gehen in die Stadt, haben Bosskampf und dann... Na gut. Wir sind ja in der zweiten Stadt. Schlinge. Nips. Oh, shit. Ah, ihr nervt so richtig. Mein Glück. Ich kann es schreien. Ich kann es schreien. Komm schon. Hier geht's. Jetzt sterben. Sober! Das ist sehr beeindruckend. Was ist das? Die letzte. Ja. Hier. Hier. Yeah. Hier. 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 Aber war nicht eh eine Zone, die mich davon gehindert hat zu gehen? Ja, gut. Ich fühle mich gerade wie auf dem Flughafen. Bitterband ohne Grund. Na komm. Na? Dein Ernst? Okay, wie? Wieso gibt es diese Förderbänder? Damit sie ihr einfach entgegenlaufen kann. Na ja. Oh, was ist das? 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 Äh, verwirrt. Ach du Scheiße. Es ist eine Menge für Angriffe, die das Gehirn schädigen. Es ist zufrieden, dass das Höhe zu. Verliest die Kontrolle und kannst keine Ziele erfassen oder SARS benutzen. Okay. Wow. Jo, ich konnte nicht mehr darauf reagieren. Oh, hi. Sorry for the trouble. Ich wollte mich eigentlich heilen. eck und noch immer in versau mal. Und erinnern uns via. ck Ck W- Untertitelung. BR 2016 Da war doch noch was. Stimmt, man kann ja wiederbelebt werden. Ausgesetzt, man hat Freundschaft mit den Leuten geschlossen. Sonst lassen sie einen Knall abliegen. Oh, Geld. 8000. Das ist gar nicht mal wenig. Vielleicht besser, als mir einfach 2 Gelees zu geben oder so. SARS Getränke. Oh, immer noch zu viel. Jeder Mensch, der besiegt wird, wird etwas aufgefüllt. Mehr Bonus, EP nehmen. Mehr Senkung. Noch mehr auffüllen. Oh. Oh. Ich kann es anbauen. Ah! Danke, Luca! Oh. Lass es mir anbauen. Lass es mir anbauen. Oh. Ach, die Musik plötzlich wieder zu Ende? Oh, ja. Ähm. Ich brauche Unterstützung! Warum? Na gut. Ein Max Gelee. Vielleicht sollte ich mir einfach voll kaufen und mich nur noch mit sowas heilen. Nein. Äh. Gelände. Oh. Shop. Ein Shop. Ein Gehirnes? Nein, das hat man schon. Nichts Neues. Ähm. Ja, euch haben wir eigentlich nur für das Team. Machen wir ein bisschen mehr rein. Betel ist für mich. Macht das Gelee eigentlich auch. Wird schon passen. Ich hab ne Idee. Ähm. Ja, weil ich 600. Hat die mir immer voll sind. Wenn ich es eh nicht benutze, mache ich daraus Geld. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen. Das schon. Nöt. Äh. Ja, komm. Ich drücke noch einen rein, um sich zu gehen. Phase 8. Sind wir jetzt 8 oder 9? Neu halt. Wir sind 9, ja. Hm. Wie geht's auf der Video-Data-Wattruppe? Die Daten sind bereit. Aber die Verbindung ist so schlecht, dass es Zeit dauert. Es wird ein bisschen länger sein. Es wird ein bisschen länger sein. Eine weitere. Hey, hier geht's. Ja, hier geht's. Jetzt sterbe! Hey. Oh, der Verwurmstück. Und da. Wow. Weiß kann. Weiß habe. Yay. Ja, ja. Blop. Blop. Boah. Was dass? Da war das Spawn-Taz. Das war's. Cool. Wie viele Kills habe ich eigentlich mit leider im Feld? Wait, da ist die Tür. Da ist mein Ziel. Okay, da kommen wir her. Hier ist nur Stuff, I guess. Ah, da ist ein Schalter hinter. Wozu? Nur wegen der coolen Animationen und so weiter, mit dem, naja. By the way, was ist das denn da eigentlich? Es hat was ähnliches wie das, was wir in Togetsu gesehen haben. So ein bisschen. Also am Ende mit diesen riesigen Statuen aus diesen Klötzen. Das sieht auch so Sachen aus, naja, Hexagons sind es, aber aus dem Klötzen. Naja. Äh, wo jetzt? Immer auf dem Podest. Okay, Schalter. Ich würde sagen, wozu? Aber ich habe das Gefühl, da würde ich den Kampf ausbrechen, weil Kampf Arena. Kampf Arena, natürlich. Weil von euch. Schalter. weg hier weg hier weg hier weg hier weg hier das töte dich immer so instant in den Nebel da Dankeschön ich mag dich nicht Viech Gegner schon tot schön wieder die Animation oh krass Sabbatbrenner ich könnte sogar noch wichtig sein lass mal mittendrin kurz über die vielleicht lehrsicht lese ich was wichtiges was ich mal sehe Buge Sabbat Buga Sabbat er sagt er dass die hilfsförmigen Gewächse auf seinem Kopf schleudert und seine Beute mit inneren Sporen zu verwirren ja das haben wir gesehen die Angriffe ist seine Beute erst verwirrt er leidet erledigt sie mit einer mächtigen Ladung Nudenswöge ist die Wirkung dieser Sporen auf Gehirne mit großer Menge psychischer Harmonie und noch stärker das macht diese Geschäfte einen gefährlichen Gegner für die Ars während es die Sporen wirft ist seine Nase ungeschützt du kannst dich also mit Hyperspeed und Reputation nähern um es anzugreifen bevor es dich verwirrt ah siehste gut zu wissen wenn es den Angriff startet schnell hin und dadurch abwechten ja das ist doch mal eine sinnvolle Info nicht eine da ist die Fachstelle hau drauf äh oh ja Nagi hatte er seinen Info nicht schon mal oder wurde er jetzt verlängert oh ja Kampbrich 2 ein wenig aus dem Ding verboten na gut äh es kam zu einem weiteren Kampf hinzu während der Notfallübertragung wie in dem vorigen Kampf gegen diese C-Person wurde auch diesmal Airokinese eingesetzt die Person scheint jedoch auch nicht vor Aktion zurück zu schrecken die eine erhebliche Last für das Gehirn bedeuten mächtigen Angriff immer innerhalb des Gehirnfeld zu führen nach dem Kampf starb die C-Person aufgrund der wiederholten intensiven Belastung ihres Gehirns ok auf jeden Fall die Viecher schneller angreifen ok also merken schnelle angreifen muss einfach blind drauf hauen am Ende hm schau an ich hasse dich Luca heile mich jetzt haben wir hier links und rechts wieder Wege hm ah ich nehme an dass das wieder Teleport Tore sind und auf der anderen Seite nicht durchschreitbare ja was ist es Sinn euch trotzdem anzureifen also ich bin schon in den Kampf gekommen so ist er nicht ähm hm 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 ich kann nicht wirklich angreifen ich stehe einfach mal rum warum nicht auch so eines auch hier jetzt sehe ich dass es da freigelegt ist ok muss aber sehr schnell reagieren aber wir wissen bescheid klunk ja mach weiter und kann man nicht leicht aber gut euch zurückgehen für ach komm vielleicht kriegen wir von euch irgendwelche Analysen oder sowas ja ich sehe das ziel verdammt Witz! Noch Level ab, schade. Grunde war es Pause Analyse. Vielleicht hat es sich ja nicht gelohnt. Level. 4 Punkte. Ja komm, wir gehen weiter machen. Mehr Bonus-EP. Was warst du eigentlich? Reggie saß wieder her, das brauchen wir nicht unbedingt. Er fühlt sich ja durchs Hirnschmettern eh auf im Kampf. Oh, oh, große Fläche. Okay. Das war's für heute. Da bist du schon. Hier. Oh, muss reichen. Ach, scheiße. Was bist du denn? Ach, die Scheiße. Wo ist denn? Ich bin dort schabend. Ach, das ist mein Fault. Das ist ja nie. Ich kenne ein anderes Muster noch nicht. Ach, du Arsch. Ich bin da. Ich bin da. Guten Schindler. Guten Schindler. was doch neu oder spinnig hier war die baumdinger mit drei organen weil gar nicht wie früchte aussehen sie wurde er wurde wiederholt dabei beobachtet wie er die früchte vor seinem körper in wasserlöchern zu waschen schieben gibt jedoch keine analyse die diesem verhalten eine besondere bedeutung vermisst das brechen der äußeren furchthülle legt das frage die innere frei und wenn der gesamte panzer kaputt ist fällt das beuchlings hin es wird angenommen dass er glaubt tot zu sein es empfiehlt sich den panzer zu zerstören wenn er nach einem weitaus holenden angriff anfällig ist natürlich wobei die früchte auf seinem rücken jedoch durch die ein schweifartiges organ geschützt sind führe deinen angriff schnell durch oder nähere dich in gewaltiger weise mit unsichtbarkeit zu gut mitzuhaben mit dem instant panzer brecher wenn man es dann richtig hinbekommt ich weiß nicht warum ich da runter gehe aber immer items natürlich ein item ein alle maxgelee im schlimmsten fall verkaufen was ich war eine drohende wieso sind die kameradrohnen so eine türe oh nein hüpfen springen hätte man sich im spiel auch und generell sparen könnte und ein saas getränk natürlich ähm ja zugumi trinken oder was jetzt soll ich die leute dann wieder wechseln ich weiß es nicht die sache mit zugumi ist ja stufe 5 ähm Freundschaft mäßig das heißt sie wird eben halt schnell max sein ich muss die anderen mehr benutzen ich bin gerade am schwächsten aber das ist nicht relevant ach fuck it nicht zu viel analytisch spielen sondern einfach spielen sagt er nachdem er jedes item aufhebt umwelt A irgendwie sind wir selten oh Gott ein echt cooler gegner weil er so schnell zu platzen macht ist er nach unten was ist er nach unten was hmmm okay das ist eine normale lasertür normale lasertür und auch gehirnfeld oh gehirnfeld soll ich gleich mal erzünden beim nächsten trashkampf wieder weil jetzt kann weil es eh gleich wieder voll ist mit den nächsten also nicht jetzt in einzelnen gegnern 12.000 ok ich gebe ihnen bitte nächsten shop die nächsten waffen ich will nicht basteln und das geld sollte da sein die gebetshalle das ist mal ein ein name für ein ort wir sind ein riesen computer oder nicht ein schäf ich nehme den schäf mit schäf schäf